Nein, das musst du nicht aufnehmen. Wohl. Ich habe mir das eben aufgefallen, aber es hat es mal gegeben. Ja, da ist richtig Angst. Ja, du musst nicht Angst haben. Ja, du bist ein bisschen Angst. Ja, liebe Schätze. Die meine ist eben ein bisschen aggressiv. Wir hatten sie in letzter Zeit viel zusammen. Und dann war nie etwas. Und jetzt haben sie plötzlich gestritten. Ja, ja. Okay. Jetzt wird es lustig mit dem Heben. Ja, du bist ein bisschen ein Gegelich. Wie soll ich sein, Heben? Ja, das ist so. Ja, ja, Müsi. Ja, ja. Ja, 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 Schätzle. Oh, mein armer Schätzle. Ja, ich weiss. Au, au, au. Au. Shit. Oh, mein armer Schätzle. Ja, wir müssen das machen. Wir müssen das machen, Schätzle. Nein, 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 nein. Gibt es noch einen? Nein, nur noch einen. Komm. Oh, ja, ja, ja. Ist das gut so? Ich habe immer Angst mehr. Die muss man etwa 10 Tage rausnehmen. 10 Tage sollen dann 10 Tage machen? Ja. Ja, mein armer Schätzle. Ja, mein armer Schätzle. Weil, wenn wir das richtig wandneigen, da rausstufen, oder? Ja. Nein, das nicht. Wäre nicht so. Das kann man nicht so. Oh, ja, bist so armer. Psst, 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 psst. Ja, das ist nicht so schlimm. Jetzt hast du es ja überstanden. Ja. Oh, ja, mein armer Schätzle. Jetzt müssen wir die Antibiotika abdecken. Mhm. Gerne. Wir müssen sie aber schnell weg.